Hallo noch Wittburg! Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenspiegel-Prinzenempfang in Wittburg. Hallo! Einen wunderschönen guten Abend! Einen wunderschönen guten Abend! Ja! Wenn ich an mir immer denke, wenn ich es geht, Und dann sagen wirt grad ich bitte, wenn ich ein logged graduates Denn wenn ich anЭ numa so lampst., wenn wir emouchen denwangst Schirm die nochmal, kommst du mir eh, kommst du mir dann was lieb Du hab dem sao nur kaputt, du bist da eine Produktion in meinem Weise Kehmen sie den Fazit nie Untertitelung des ZDF, 2020